Vier Tipps gegen das gefürchtete Doppelkinn Tägliche Übungen sind erforderlich, um die Muskeln zu stärken und einen guten Muskeltonus zu erreichen. Auch die innerliche und äußerliche Zufuhr von Flüssigkeit ist sehr wichtig. Ein Doppelkinn lässt jemanden oft älter wirken, als er in Wirklichkeit ist. Viele entscheiden sich für eine Schönheitsoperation, da es sehr schwierig ist, das gefürchtete Doppelkinn zu entfernen. Wir empfehlen jedoch folgende einfache und natürliche Maßnahmen, um das Doppelkinn loszuwerden. Einfache Maßnahmen gegen das gefürchtete Doppelkinn Wie kommt es zu dieser unschönen Fettansammlung unter dem Kinn? Dies hat meist damit zu tun, dass der Muskel in diesem Bereich mit den Jahren an Straffheit verliert. Die Ernährung, fehlende Feuchtigkeit und die Hauterschlaffung tragen ebenfalls dazu bei. Doch mit etwas Anstregung und Durchhaltevermögen kann das Doppelkinn abgeschwächt oder ganz entfernt werden. Erste innerliche Pflege gegen Doppelkinn Die innere Gesundheit spiegelt sich auch äußerlich wider. Deshalb ist eine korrekte Ernährung, die Ausscheidung von Giftstoffen sowie ausreichend Feuchtigkeit, Vitamine und Mineralstoffe von großer Bedeutung für eine straffe, junge Haut. Wir empfehlen folgende Frucht-Mix-Getränke Erste Apfelsaft mit roter Bete Köstlich, erfrischend sowie nutritiv Dieses Getränk hilft bei der Ausscheidung von Giftstoffen und überdies auch gegen Flüssigkeitsansammlungen. Vor den Mahlzeiten sorgt es für eine bessere Verdauung der Nahrungsmittel, wirkt sättigend und pflegt unsere Haut. Ein ausgezeichnetes natürliches Antioxidants Zweite Melonensaft Diese Frucht schmeckt nicht nur köstlich, sie sorgt überdies auch für eine schöne Haut und verhindert die Ansammlung von Fett. Wir empfehlen jeden Morgen einen Saft aus einer Melonenscheibe sowie einem Glas Wasser. Lecker und sehr gesund Dritte Zitronensaft sowie Minze Ein hervorragendes Antioxidant mit Reinigender und Revitalisierender Wirkung Zitronensaft hilft im Kampf gegen freie Radikale, wirkt stark reinigend sowie gegen Flüssigkeitsansammlungen. In Kombination mit Minze ein hervorragendes Mittel zur Revitalisierung unserer Haut. Zweite Vitamin E für elastische, straffe Haut Vitamin E sorgt für eine straffe, elastische Haut. Am besten viel grünblättrigen Salat essen. Auch Vollkornreis, Weizenkaimüll, Roggen, Hülsenfrüchte, Nüsse, Äpfel und so weiter sind sehr ratsam. Du kannst auch mit deinem Arzt sprechen, damit er dir zusätzliche Vitamine verschreibt. Dritte Masken und Massagen Besonders empfehlenswert sind Massagen mit Weizenkaimüll, die straffend wirken. Dieses Öl enthält viel Vitamin E und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Jeden Tag den Bereich des Doppelkinns gründlich von unten nach oben mit etwas Weizenkaimüll auf Watte massieren, circa 10 bis 15 Minuten lang, so wird es sich langsam zurückbilden und mit der Zeit ganz verschwinden. Oft sind die einfachsten Mittel am wirksamsten. Vierte Straffende Übungen Diese einfachen Übungen sorgen für eine jungen, straffen Hals. In diesem Bereich ist die Haut direkt mit dem Muskel verbunden, wenn also der Muskel trainiert wird, wird auch die Haut straffer. Wichtig ist, konstant zu sein. Als erste Übung mit der Zunge über dem oberen Gaumenkreise im Uhrzeigersinn zeichnen. Dabei den Rücken gerade und den Mund geschlossen halten. Mit dieser Übung wird dann der Bereich des Doppelkinns bewegt. Die Übung zehnmal hintereinander dreimal täglich durchführen. Eine weitere, ausgezeichnete Übung ist Vokale sprechen. Das macht auch Spaß. Es werden dann nämlich auf sehr expressive Weise mit dem Mund weit geöffnet die einzelnen Vokale gesprochen. Diese müssen nicht unbedingt laut gesprochen werden, die Bewegung ist ausreichend. Zehnmal wiederholen, so werden dann die Halsmuskeln trainiert. Folgende Übung mit geradem Rücken und gekreuzten Armen durchführen. Den Hals nach vorne strecken und dann den Kopf langsam nach rechts drehen. Die Position fünf Sekunden lang halten und danach in Ausgangsposition zurückgegehen. Danach die Übung nach links ausführen. Mit dieser Übung werden ebenfalls die Halsmuskeln trainiert und gleichzeitig entspannt. Zehnmal auf beiden Seiten wiederholen. Die Lachübung ist ebenfalls sehr hilfreich. Du kennst diese Übung sicher, sie besteht einfach darin, so zu lachen, dass die Halsmuskeln angespannt werden. Zehnmal wiederholen. Und nicht vergessen, konstant bleiben. !